Ich hab eine Idee. Ich bring dich jetzt in den Kindergarten und zwar auf dem Schlitten. Ja! Super, super! Da wären wir. So, Leo. Endstation. Absteigen. Nein, Mann, oh maus. Teddy und ich bringen den Schlitten wieder mit, wenn wir dich abholen. Versprochen. Aber nicht vergessen, Mama. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, liebe Kinder. Oh Mann, oh maus. Wir gehen nämlich an diesem wunderbaren Morgen in den Park, um im Schnee zu spielen. Ja, war schön! Seid ihr denn auch alle bereit? Ja! Und los geht es mit dem Schneehindernislauf. Henry, komm! Hui! So, seid ihr bereit für ein paar gezielte Schneeballwürfe? Ja! Mal sehen, wie gut ihr im Schneeballwerfen seid. Ja! Ja! Und auf geht's. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Ja! 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 Getroffen! Ja! Ja! Bravo! Und zum Schluss geht es den Hügel hinunter auf einem Schneerutschreifen. Wer von euch möchte es probieren? Äh... Ja, ich möchte. Also gut. Ah! 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 Und dann sind wir alle den Hügel runtergesaust auf einem roten Schneerutschreifen. Das klingt ja nach einer Menge Spaß. Ja, nach einer super duper Menge Spaß. Bis zum Schluss! Ah! Vielen Dank.